So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir beim letzten Mal eine Capital Bra Pizza 5o Formaci getestet mit 5 verschiedenen Käsesotten. Nichts geht über Capital Bra Pizza, die hat bisher immer geschmeckt, egal welche Sotte ich hatte. Ist alles wahrscheinlich immer nur so limitiert. Haltet euch also ran, wenn ihr eine seht, probiert die. Ich habe aber jetzt was anderes gesehen, was auch gut zu dem Thema passt. Das ist mir ins Auge gestochen, weil es reduziert ist. Aus dem Lidl, Käse ist sein Lieblingsladen. Das ist diese Pizza hier. Das ist eine McKennedy American Way Stuffed Crust Pizza. Quattro Formaci, also 4 Käse. Das ist der Vorgänger von der 5o Formaci. Und es ist Stuffed Crust. Und Stuffed Crust heißt ja eigentlich immer, dass da nicht nur Käse drauf ist, da ist auch Käse drin. Nämlich im Rand. Und der ist meistens wie Gummi. Du nimmst sie frisch aus dem Ofen, beißt einmal rein, sagst, oh ist das lecker. Beißt das zweite Mal rein und sagst, hm, wo kommt denn jetzt der Gummilatschen her im Rand. Das ist immer ganz besonders, da muss man ja immer aufpassen. So, die war im Angebot hier, beziehungsweise war reduziert, keine Ahnung warum. Vielleicht ist sie über die, kann Pizza schlecht werden. 3,24. Ich habe noch fast ein ganzes Jahr Zeit, die zu essen. Statt 3,49, nur 2,44. Und das ist schon ein stolzer Preis für so eine billige Little Pizza. Obwohl McKennedy ist ja natürlich irgendwie eine Art Marke. Pizza mit käsehaltiger Füllung im Rand belegt mit Cheddar, Edamer, Gouda und Pecorino-Hartkäse aus Schafsmilch. Jetzt muss man die Betonung anders legen, dann heißt es nämlich, Pizza mit käsehaltiger Füllung im Rand, Komma, nee oder auch nicht, belegt mit Cheddar, Edamer, Gouda und Perro-Dings. Weil die ist ja nicht im Rand belegt, ist es ja anders. So, guckt es euch nochmal an. Den Karton machen wir jetzt auf. Holen die mal raus. Ich finde, Lidl sowieso hat mit dieser McKennedy-Marke eine sehr gute Marke. Weil die halt immer so American-Way-Essen machen. Egal ob jetzt hier Nuggets, Pizza, Pommes, Zeugs, Chips, Gulasch, alles dabei. Aber an sich sieht die Pizza gerade sehr unspektakulär aus. Haben sie die jetzt schon mal hier ausgepackt. Aus der Folie rausgenommen. Die hat so leichte, schöne Kristalle drauf, Eiskristalle. Sieht aus, als hätte die halt einen mega fetten, dicken Rand, dass gar nicht so viel Pizza übrig ist, innendrin. Aber der Rand muss ja fett sein. Ist ja Käse im Rand. Und ob der schmeckt, das sehen wir jetzt gleich. Denn die hauen wir jetzt erstmal in den Ofen. So, im Gegensatz zum letzten Mal haben wir jetzt auch frisches, neues Papier. Guckt euch das an. Legen die hier drauf. Machen die den Sack zu. Haben das jetzt mal auf Stufe 10 gestellt. An Pupsis super oben. Gucken sie es uns mal an, wenn es fertig ist. So, die Pizza ist jetzt fertig. Wir machen mal den Ofen auf. Ziehen mal hier ein Stück raus. Versuchen das schon mal hier ein bisschen vorzuschieben. Packen das wieder auf den Holzteller. Hab halt wieder zu wenig Hände. Aber diesmal klappt das so schon besser. Was ist das denn hier? So, diesmal klappt das besser. Das schneiden wir uns jetzt durch. Und dann probieren wir das mal draußen. Wie das schmeckt. Hat mir auch schon wieder diese Fuego-Jotralapeno-Soße bereitgestellt. So, die Pizza ist jetzt fertig. So sieht die jetzt also aus. Und ich weiß ja, im Rewe gab es zum Beispiel auch immer eine Pizza Salami Stuffed Crust. Eine schöne Salami Pizza, auch mit Käserand. Und die fand ich sogar ziemlich gut. Die habe ich mir öfters geholt. Das ist halt jetzt nicht Rewe. Das ist keine Salami. Das ist trotzdem Stuffed Crust mit Käserand. Wir gucken mal hier rein. Seht ihr den Käserand, ja? Ich sehe, da ist Teig. Der ist geschlossen. Ich sehe, da kann er gar nicht reingucken. Guckt mal mal hier bei dem Stück an die Seite. Seht ihr den Käserand? Ist auch zu. Kannst auch nicht reingucken. Suchen wir uns mal was anderes. So, jetzt hier aber. Seht ihr den Käserand? Da hinten ist eine Höhle. Und die Höhle ist zur Hälfte mit weißem Gummi gefüllt. Das heißt, da ist Käse ran. Das ist ja schon mal gut. Jetzt kommt es noch auf den Rest der Pizza an. Das sieht aber eher nicht aus wie eine Pizza Formaci Quattro. Das sieht eher aus wie eine Margarita. Da ist ja, ich sehe gar nichts mehr von dem Käse. Es ist theoretisch nur noch Tomatensauce. Fürsamt nehmen müssen wir aber den Karton noch mit reinhalten. Müssen die hier so draufknallen. Müssen euch das so zeigen. So, und jetzt können wir die probieren. Jetzt können wir die essen. Und ich glaube, so langsam gewöhne ich mich an die Location hier. Vor allem, wenn ich die Kamera einfach weiter vorstelle. Und ich weiter in euch drin bin. Ist das ja so wie immer. Wir nehmen das Stück. Weißen mal in den Käserand. Zuallererst. Ich glaube, für Käse-Liebhaber ist das bestimmt richtig toll. Aber gerade im Rand ist so eine richtig bittere, strenge Käsesorte drin. Ansonsten ist der Teig halt auch ziemlich plump und trocken. Halb knusprig, halb weich. Aber irgendwie total allmählich dick. Der Käse ist sehr bitter. Das ist kein gutes Gefühl, wenn man da in den Rand reinbeißt. Das ist leider gar nicht meins. Da fand ich die Rewe Stuftkrast Salami auf jeden Fall besser. Da habe ich gerne in den Rand reingebissen. Und das war super lecker. Wir probieren nochmal an der anderen Seite den Rand. Wir wollen das Ganze ja nicht direkt aufgeben, sondern mal als zweite Meinung. Vielleicht gewöhnt man sich ja dran. So, auf der gegenüberliegenden Seite des Randes war der Biss schon ein bisschen größer. Wir haben also nicht nur den Käserand gehabt. Wir haben auch ein bisschen was von der Tomatensauce dazu gehabt. Und in Kombination mit der Tomatensauce schmeckt das Ganze schon ganz anders. Ist irgendwie lieblicher, ist fruchtiger, ist angenehmer. Du merkst trotzdem noch die bittere Note von dem Käse raus. Aber durch das gleichzeitig Tomatige ist das nicht so unangenehm, sondern schon wieder mega interessant. Wir probieren jetzt mal von der Spitze vorne, was für mich halt einfach wirklich aussieht wie eine Pizza mit Tomatensauce, einen Käse im Rand. So, hier auch an der Spitze eine sehr fruchtige Tomatennode. Du merkst nochmal eine Käsenode, eine andere Käsenode, auch eher lieblich. Aber insgesamt überwiegt plötzlich trotzdem die Tomatensauce. Das heißt, am Rand, wo gar keine Soße ist, hast du nur den bitteren Käse. Und auf der Pizza, wo die verschiedenen Käsesorten sind, merkst du so gut wie nur die Tomatensauce, weil der Käse gar nicht wirklich zum Vorschein kommt. Für eine richtig tolle Käsepizza würde ich die also nicht empfehlen. Dafür habe ich da zu wenig Käsegeschmack. Am Rand zu viel und in der Mitte zu wenig. Wer nur auf bitteren Rand steht, kann da ja gerne zuschlagen. Ansonsten weiß ich nicht. Da fand ich die Bud Spencer 4 Käsefein Halleluja besser. Da fand ich die Capital Bra 5 Formaggi auf jeden Fall besser. Ist interessant immer mal mit Käserand, aber so richtig überzeugen tut mich das Ganze nicht. Ist wenigstens nicht so dick und so hoch. Aber ich glaube, wenn ich im Normalfall hier 3,50 Euro dafür bezahle, da gebe ich den Preis lieber für eine Capital Bra 5 Formaggi aus und habe einen richtig tollen Käsegeschmack. Eine richtig tolle Käsepizza. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit dem Fuego Jotralapeno, die Jotralapeno Sauce. Vielleicht überzeugt die mich, weil das schmeckt ja sowieso überall drauf. So, dann kippen wir uns mal hier die ganze Flasche in die Ecke. Ja, die Jotralapeno Sauce macht halt nochmal eine Essignode dazu. Gibt eine kleine Schärfe dazu. Aber kombiniert sich auch nicht so gut mit dieser Pizza. Wie mit den anderen Käsepizzen, die ich sonst hatte. Wenn die Pizza an sich halt nicht so toll ist, dann redet das auch die Jotralapeno Sauce nicht. Weil immer ja wieder der Pizzageschmack durchkommt und der ist nicht zu überzeugen. Pupsi habe ich von der Capital Bra probieren lassen. Die hat gesagt, boah, die war eigentlich recht gut. Die würde ich sogar nochmal kaufen. Ich weiß ganz genau, wenn ich ihr die hier gebe, dass ich sage, na ne, das ess du das mal. Das ist nichts für mich. Ja, und dann sitzt hier nochmal die Suppe drauf. Von der Jotralapeno Sauce. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ihr seht uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhauen. Euer Ramses. Bis dahin, Peace out, vorhauen.